hallo hallo herzlich willkommen zur wunderschönen neuen folge zu trainfever weiter geht mit dem display und ja wir gucken mal wie es jetzt weiter geht weil ich habe jetzt neues rausgekriegt was schön ist und zwar gibt es jetzt die norwegen die den norwegen dlc welt sieht so episch aus wirklich die größte brücke überhaupt die es gibt und ja ich habe mich mal reingeguckt schon mal ich gucke mal ein bisschen vorher haben wir noch ein paar züge die ersetzt werden müssen genau einmal 64 und brauchen wir doch mal ein fahrzeug ersatz etwas was so ganz gut abgeht 70 100 100 wir würden ja auch die 100 reichen aber für geringere kosten mehr gibt es schon 120 deswegen legit 123456 und ja auf geht es jetzt mir die züge so wir machen hier noch ein bisschen minus so hier machen wir auch so ein bisschen minus so ist klar so muss nicht mehr so muss nicht mehr sein so muss nicht mehr sein so Jetzt möchte ich Klos geben. Und damit kann man jetzt super, ähm, können jetzt aber noch schnell arbeiten. Gut, da gucken wir mal weiter rein hier. 31 Jahre schon, Passagiere. Nehmen wir mal noch den Meck. Und mit dem Quer. Und mit dem Zentral. Großhauskreuzöl. Warenwest. Nehmen wir mal Güter. So, Güter. Zack. Aber nur damit das jetzt einfach abgesaved ist. Und ich dann in nächster Zeit nichts machen muss. Und wir verlieren nur ein bisschen Geld. Gut, dann gucken wir mal weiter, wo wir jetzt noch weiter arbeiten könnten. Wo wir jetzt noch, ähm, Waren noch hinbringen könnten. 10 Waren. So 48 Waren, genau. Sichtbar. Ah, das wird schon geil. Schade. So. Jetzt kann ich die Folge wieder nicht mehr freischalten. Und... Ja. So. Dann müssen wir mal gleich mal gucken. Grazhausen. Da ist ja Christendorf. 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 Müsste ich eigentlich jetzt mal langsam anfangen. Das einzige was ich jetzt hier noch mache, ist die Landstraße auszubauen. Wollen wir mal ein Meister nie. Wir können ja auch erstmal nach Grazhausen. Oh yeah. Hier. Oh mein Gott. Siehe oder was? Ja. Ich bin dran. So, mal gucken. So, mal gucken. Oh, dann muss das LED-Shit sein, dann. So. So, gut. Alles klar. Dann haben wir ja alles ausgebaut, würde ich sagen, soweit. So, gut. So. 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 . So. 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 . So. 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 abgehackt aussieht. so. 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 mal gucken. So. 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 wenn man das auch erst mal und wir machen gleich hier so. 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 So, haben wir das auch, neue Linie. Und da, dann Ratshausen nach Fachbach. Und bitte, dann in einer grellen Farbe. Ratshausen, Fachbach. So, so, so. Ähm, dann haben wir das und... Da muss ich mal leider noch den... So, das Depot. Ich bin hier groß genug. Aber leider nicht so groß genug. Nicht das hier. So, so. Oh, yeah. Oh, yeah. Opel Blitzkisten und so weiter. Opel Blitz, ah, 1930. Kommen die ganzen Opel Fahrzeuge. Ja, das ist schon mal ganz gut. Aber... Da kommen die Tiefen. Elektrisch. 55, 65, 100. Ich weiß nicht. Eigentlich reicht es, wenn der Hohner fährt. Finde ich. Und... 14, 28. Ah, komm. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 10. Rathausen-Fachbach. So. Man kann ja noch eine Lok nehmen. So. Ach mal das. Äh, und ja. Rathausen. Machen wir noch schnell noch die, die, die Haltestellen. Und fangen schon mal mit, mit der allerersten Haltestelle an. Und fangen schon mal mit, mit der allerersten Haltestelle an. Straße. Sichtbar. Da, dort, 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 dort. Oh, das ist Rathausen, ähm, Bahnhof. Rathausen-BHF. Ähm. Rathausen-BHF. Und, ähm, ein schönes Strahlendepot hier hinten. 2, 3, 4, 5. 1, 4, 5, 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 5 So... 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 Na ja, na ja, na ja, na ja, na ja, na ja, da machen wir dann nicht hier so hin... Und da, nach dort, nach dort, nach dort, nach dort... Dort, noch dort, noch dort. Das ist... ...Gradhausen... ...Ähm... ...Stadtrand. So, Ratshauten-Stadtrand. Passagiere, da... ...und... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ratshauten-Stadtrand. So. Das machen wir nur noch hier... ...und... ...hier. So. Oh. Alles klar, dann da, da, dort, 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 oh yeah, es kommt, ah, der BC4, ist nicht schlecht, freue ich mich drauf. Wir werden dann auch zukünftig nutzen, die BC4 und dann nehmen wir Ratshausen Zentral, Ratshausen Zentral und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, so, ein Donke für Fuck, genau. Alles klar, da muss ich sagen, äh, ähm, äh, ja, was, was, was können wir noch machen, ähm, wir machen noch schnell noch die Fasseg-Ersatz, sonst brechen die hier uns noch, ähm, über uns ein. Und dann, äh, zack, äh, zack, äh, zack, äh, zack, äh, zack. Äh, zack, äh, zack, äh, zack. Äh, zack, 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 zack. Aber verschwinden jetzt mal ein paar Milchönchen. Da verschwinden mal ein paar Milchönchen. aber insgesamt haben wir immer Einnahmen haben wir immer Einnahmen Straße da das Erz ok da können wir hier Oberblitz Eisenerz nehmen und hier können wir mit dem Waren nehmen das ist die Güter Oberblitz Güter das ist nämlich genauso Holz ähm dann Holz Güter Holz Paletten Holz genau auch hier Holz wow und echt viel viel Straße das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020